Wir kommen dem Ende zu einer Veranstaltung, wir kommen natürlich nicht zum Ende der Energiewende. Ich möchte nochmal den Blick ein bisschen drauf lenken, wir haben in der Veranstaltung an vielen Stellen darüber geredet, dass wir zeitlich sehr viel mehr auflösen müssen. Viel der Debatte wird ja so gemacht, wir haben einen Punkt in der Landschaft, an dem Punkt müssen wir genau das erreichen und dann ist alles erreicht oder nichts erreicht. Ich möchte auch nochmal einen weiteren Bogen schlagen. Wir können ja mal 200 Jahre Geschichte der Infrastruktur und Infrastrukturschaffung und Diskussion in Deutschland angucken. Ich möchte jetzt nicht alle durchgehen, aber es gibt ganz viele Passagen, wo es genauso war, wo man dann riesig diskutiert hat, was alles nicht geht. 15 Jahre später ist es selbstverständlich, egal in welcher Technologie. Man kann da in die ganze Verkehrserschließung gehen, man kann auch in die Elektrisierungsphase, weil wir haben ja früher nicht elektrifiziert, sondern elektrisiert, wenn man in die Originalliteratur aus den 20er und 30er Jahren reinguckt. Und das war immer so, dass es fast nicht machbar war. Wir hatten in der Politik bei den Durchsitzern viele Diskussionen. Was real passiert ist, ein Teil hat sich so entwickelt wie vorausgesehen, ein anderer Teil hat sich anders entwickelt. Und ich glaube, der Blick hilft auch dafür, dass man auf der einen Seite genügend Engagement hat, aber auch ein Stück weit Gelassenheit bei der ewigen Verliererangst, die, glaube ich, in Deutschland oft genetisch eingepflanzt ist, dass alles schief geht. Weil wir haben nie zehn Jahre gehabt, die gleich waren. Also jetzt die Frage, wir müssen das Stromnetz, wir müssen die ganze Elektrizitätsversorgung weiterbauen. Ja, wir haben sie alle zehn Jahre anders gehabt. Und wir haben es vielleicht auch, haben wir heute gehört, an einigen Stellen die letzten zehn Jahre viel weniger gemacht als in anderen Dekaden davor. Das heißt, wir müssen sowieso umbauen. Ich denke, wir sind heute auch in einer Gesellschaft, und es ist heute ja auch viel diskutiert worden, auch in der Abschlussrunde nochmal angesprochen worden, in der die Öffentlichkeit, die Bürger und Bürgerinnen eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, da ist es wichtig, ist auch eine Erkenntnis, die wir hier immer wieder diskutiert haben. Es ist wichtig, dass fachlich und politisch die Sachen öffentlich und transparent diskutiert werden. Weil man kann heute Leute nur mitnehmen, die eben sich informiert fühlen auf ihrem jeweiligen Niveau. Das heißt auch, dass es sowohl detaillierte fachliche Diskussionen geben muss, und das war heute ja ein Forum dafür. Wir verstehen uns als wissenschaftliches Institut auch so, dass wir sowohl so arbeiten, als auch Forum bilden für solche Diskussionen. Aber dass man es auch in eine Sprache übersetzen muss, dass das dann bei vorgebildeten Leuten in der Öffentlichkeit und bei weniger vorgebildeten ankommt, zumindest bei denen, die es hören wollen, und ein großer Teil will ein Stück weit was hören. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, Frau Müller hat so schön gesagt, das, was in der Politik entschieden werden muss, brauche ich eine Mehrheit dafür. Und da gibt es ein Dreieck. Da gibt es nicht nur die fachliche, wissenschaftliche Information an die Politik, sondern die Politik muss natürlich auch auf ihre Wähler und auf ihre parteiinternen Brechergrobs reagieren. Ich habe bis heute nicht herausgekriegt, ob die parteiinternen Brechergrobs der Stärkere sind oder die Wähler. Ich glaube, Landesparteitag mit Listenaufstellung ist gefährlicher als Bundestagswahl, zumindest für manche. Aber wenn man jetzt die drei Faktoren zusammenbringt, dann hat ja die Diskussion mit der Öffentlichkeit nicht nur sozusagen den demokratischen Anspruch oder so, sondern hat in diesem Gesamtsystem das Interagiert zwischen Politik und Fachlichkeit und Öffentlichkeit, führt ja auch dazu, dass die Öffentlichkeit mehr Verständnis dafür hat, was man in der Politik unterstützen kann, was nicht. Dass man nicht so leicht oder nicht so viele einfachen Parolen nachlaufen. Ich hatte heute ein Pausengespräch mit einem Kollegen aus dem Medienbereich, der sagt, es ist so verdammt schwierig, in unserer Situation zu unterscheiden, welche Sau wo durchs Dorf getrieben wird, ob die wichtig ist oder nicht. Und zurzeit gibt es ja so eine ganze Wildschweinherde, diese Energiewende scheitert und da hat man viel Auswahl als Kollegin oder Kollege aus den Medien. Und ich glaube, auch da trägt eine Diskussion und eine Information auf dem entsprechenden Level an den entsprechenden Orten viel dazu bei. Und wir haben auch in den Diskussionen heute viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben immer wieder gesagt, wir müssen rationaler miteinander umgehen, das heißt, wir müssen auch offener miteinander umgehen. Ich habe optimistisch am Anfang gesagt, lass uns die Gräben aus dem 20. Jahrhundert vergessen. Felix Mattes hat mich dann korrigiert und nur von kleineren Gräben geredet. Also wir definieren mal ab welcher Tiefe, was ein Graben ist. Auf jeden Fall ist es notwendig, dass kreuz und quer diskutiert wird und es ist ein Stück weit auch notwendig, dass wir jetzt nicht auf den Verdachtsecken aus den 80er Jahren denken, da sind welche, die die Energiewende wieder rückwärts rollen wollen. Weil selbst die, die sagen, sie wollen die Energiewende zurückrollen, die würden es auch gar nicht hinkriegen. Die Frage ist, ob es besser oder schlechter läuft. arg viel mehr Alternativen haben wir da auch gar nicht, weil zurück auf den Stand 1990 oder 2000 geht gar nicht. Das ist nicht realisierbar, weil die Welt da nicht reversibel ist an der Stelle. Und deswegen die Bitte nochmal, sich auch zu überlegen, wie konstruktiv das ist, wenn man jetzt jedes Verdachtmoment, was man theoretisch begründen kann, so arg, besonders arg wirksam in der Praxis macht. So einen kleinen Vorsichtsverdacht kann man immer haben als vorsichtiger Mensch, aber sein ganzes Handeln daran auszurichten, ist ein Problem. Soweit, wir wollten beitragen, um da eine Diskussionsbasis fortzuschreiben. Ich sage nicht zu schaffen, da arbeiten auch viele andere mit. Wir werden es auch weiter gucken vom Öko-Institut aus, dass wir wissenschaftlichen Input liefern, aber auf den verschiedenen Verständlichkeitsebenen, auf den verschiedenen Beratungsebenen. Und wir hoffen im Optimistischen, dass wir als Gesellschaft stark genug sind, die Technologie so weiterzuentwickeln. Das rückwärts gibt es nicht, habe ich schon erklärt, aber wenn man Pseudo rückwärts macht, dann können wir auch in eine schwierige Situation für die Gesellschaft kommen. Das sollte man nicht unbedingt wollen. Mit dem moralischen oder fast moralischen Appell möchte ich Sie nicht entlassen und vor die Tür setzen, sondern vielmehr einladen für den Empfang, der jetzt anschließend stattfindet, für diejenigen, die schon heute Mittag dabei waren. Es sind dieselben Räumlichkeiten, Sie sind herzlich eingeladen. Und man weiß ja, dass bei solchen Gelegenheiten auch viele Gespräche möglich sind, viele Kontakte zustande kommen, zusätzlicher Meinungsaustausch ist. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Vielen Dank hier an das Podium, an die Präsidenten und Geschäftsführerinnen und andere. Auch vielen Dank an diejenigen, die in den vier Panel-Gruppen entsprechend vorbereitet die Vorträge gehalten haben, die Diskussionsbeiträge. Vielen Dank an Sie alle für die intensive Diskussion. Also die Veranstaltung hat einfach auch Spaß gemacht, wegen der intensiven und offenen Diskussion. Vielen Dank noch an unser Organisationsteam und vielen Dank an die KfW nochmal für die zur Verfügung stellenden Kooperation bei der Durchführung der Veranstaltung. Und jetzt dürfen Sie gucken, in welcher Reihenfolge Sie am Buffet ankommen. Applaus Vielen Dank.